Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin es wieder, euer 4man. Und dieses Mal habe ich was anderes vor euch. Ich möchte euch dieses Mal unseren Clan-Server vorstellen. Wie ihr seht, 24 Spieler-Server auf Hardcore. Die Maps werden täglich gewechselt. Und bei uns auf dem Server herrscht das Motto... Hey! Cheater an die Wand! Wir haben euch längst erkannt. Jetzt wird auf euch gezielt, jetzt wird nicht mehr gespielt. Cheater an die Wand! Wir haben euch längst gewandt. Jetzt ist aus die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus. Und wer von euch noch einen aktiven Clan sucht, kann sich gerne bei uns bewerben. Wir sind jeden Abend am Zocken. Also ist immer jemand für euch ansprechbar. Und wenn ihr euch bewerben wollt, schreibt einen unserer Gründer an, also mich oder den Swap. Oder halt einen unserer Lieder. Oder ihr bewerbt euch einfach so. Unter dem Namen hier. Okay, dann sehen wir uns entweder auf dem Schlachtfeld oder vielleicht auch als Mitglied bei uns im Clan. Und ich sag erstmal bis zum nächsten Video.